Wenn es rausgeht aus dem Startwand, dann ist die 1-2-D-Gertruss erneut an der Spitze, in diesem Fall vor Glippelift. An der Welt in Positionen, dann ist die 3-D-Gertruss, dann ist die 3-D-Gertruss, dann ist die 1-2-D-Gertruss. An der Welt in Positionen, dann ist die 3-D-Gertruss. An der Welt in Positionen, dann ist die 3-D-Gertruss, dann ist die 3-D-Gertruss, dann ist die 3-D-Gertruss.